Um das alles mal zusammenzufassen, haben wir alle aktuellen unabhängigen Testberichte, unter anderem die, die wir bereits erwähnt haben, aber auch noch ein paar andere, analysiert und mit unserer eigenen Bewertungsmatrix ausgewertet. Und hier sind die derzeit Top 10 Krankenkassen Deutschlands, darunter die V-Active, die SBK und die Technica. Diese Krankenkassen überzeugen sowohl in Sachen Service und Kundenerfahrungen, als auch im Bereich Zusatzleistungen und auch Finanzstärke. Wie wir das gemacht haben und alle einzelnen Testberichte im Detail, findet ihr auf unserer Webseite, die wir euch unten nochmal verlinken. Diese Analyse und Auswertung machen wir übrigens jedes Jahr und für viele andere Versicherungen auch. Stöbert gerne mal auf unserer Webseite oder abonniert unseren Kanal, denn für viele Versicherungen machen wir auch das als Video. So, jetzt habt ihr alles an der Hand, um die ideale Krankenkasse für euch zu finden. Danke fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und schreibt es uns in die Kommentare, bei welcher Krankenkasse ihr seid und wie so eure Erfahrungen sind. Und das ist immer super interessant für uns. Ihr findet uns übrigens auch auf TikTok und Instagram, also schaut da auch gerne mal vorbei. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr die Krankenkasse genau wechselt, dann schaut euch jetzt dieses Video hier an. Ich bin Müni von transparentberaten.de, tschüss und bis zum nächsten Mal.